Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Bitcoin Update Video. Heute werden wir uns mal ein bisschen mehr Bitcoin widmen, was ist so passiert die letzten Tage, warum haben wir diesen massiven Abverkauf, oder was heißt massiven Abverkauf, warum haben wir diesen Abverkauf gesehen? Ganz, ganz wichtig, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video mal ein bisschen anschauen, auch so ein bisschen auf den ETF auch mal ein bisschen werfen, vor allem auf den Grayscale Bitcoin Trust, wo es ja momentan oder sehr, sehr viele Gerüchte gab, auch wegen dem Verkauf etc. pp. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen, bevor wir hier durchstarten. Lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten kostenlos in der Videobeschreibung und wenn ihr Bitcoin traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen, dort findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber genug dafür, also was ist passiert? Wir haben am 10. Januar die Genehmigung bekommen für den Bitcoin ETF. Zumindest am 9. gab es dann erstmal die Fake News, was Bitcoin nach oben hingeführt hat auf knapp 47.000 oder knapp 48.000 US-Dollar. Dann hat sich rausgestellt, alles Fake, ist noch ein Tag zu früh. Dann am nächsten Tag kam die Genehmigung, wir sind hochgegangen bis auf 49.000. Meins Preisziel war ja so das ganze Jahr oder seit letztem Jahr schon zwischen 48.000 und 52.000 US-Dollar den Preisbereich gehittet und dann ging es schnurstracks nach unten. Also genauso wie immer bei den Rumors, Selden News, ging es dann innerhalb von ein paar Stunden 15% nach unten. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, 15% für einen potenziellen Bullrun ist nicht wirklich viel. Also das heißt, es bewegt sich hier alles noch komplett im Rahmen. Diese Korrekturen sind da, um wieder aufgekauft zu werden und daran müssen wir uns einfach wieder gewöhnen. Es sollte jetzt für keine Überraschung sein, wenn Bitcoin hier um 15% oder möglicherweise hier noch um 30% fällt. Und das andere ist, wir haben es wochenlang, monatelang im Voraus besprochen, dass diese ganze Rally begonnen hat, im Endeffekt hier in diesem Bereich, so ab 27.000. Das war hier glaube ich das Datum, wenn ich mich jetzt nicht täusche, am 16. Oktober wurde oder gab es das erstmal Gerüchte, BlackRock könnte ein Bitcoin-Spot-ETF genehmigt bekommen. Da haben die Gerüchte angefangen. Und seitdem haben wir eine enorme Rallye wirklich nach oben hinbekommen, ohne wirklich signifikante Korrekturen von 80%. Das heißt, der ETF war über Monate. Wir sprechen hier von drei Monaten, also kompletten Oktober, November, Dezember und noch ein Teil Januar. Also passt genau drei Monate, wo dieser ETF eingepreist wurde. Das heißt, es war keine Überraschung, dass dieses Ding kommt oder halt auch nicht. Die Überraschung wäre eher gewesen, dass es nicht kommt nach den ganzen Gerüchten und nach den ganzen Anträgen, die gestellt wurden. Und wir haben unser Maximalziel erreicht. Und wer dieses Video hier geguckt hat, letztes Jahr noch, da haben wir genau noch drüber gesprochen. Na, jetzt kommt diese Werbung da. Da haben wir genau noch drüber gesprochen, über dieses Szenario am 4.11., also genau zwei Wochen, nachdem diese Gerüchte um den BlackRock ETF aufkamen, dass vor allem diese Rallye in das Golden Pocket das Maß aller Dinge sein wird. Erst einmal, weil das Golden Pocket war in der Vergangenheit. Egal, wie weit wir zurückgehen. Gut, das ist jetzt der falsche Chart. Ich könnte mal ganz kurz, wo habe ich den? Ich glaube, das war der Chart. Ja, genau. Da können wir auch zurückgehen. Wir sind immer hier damals auch am Golden Pocket. Wir hatten diese enorme Rallye. Und da habe ich ja auch diesen Vergleich aufgestellt. Ihr erinnert euch hier an diesen Bereich. Das war 2019 im April. Ähnelten ein bisschen dem jetzigen Bereich, wo wir unsere Rallye hier unten begonnen haben. Wo es diese Binance-Idee gab, dass hier Binance möglicherweise mit Fake BUSD den Pump verursacht hat. Und die Parallelen zu diesem Pump sind schon wirklich extrem. Wir sind damals hier genau ins Golden Pocket gekommen. Wenn wir uns jetzt mal hier das Chart-Technisch so ein bisschen angucken. Parallelen sind da jetzt nochmal so ein kleinerer Aufkauf. Und dann ging es nur noch nach unten. Dann hatten wir noch unser Black Swan Event, das ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Ich wüsste auch nicht wie. Vielleicht wieder Corona etc. Aber diesen Week hier unten sollten wir erst einmal vergessen. Aber genau das haben wir eben letztes Jahr schon darüber gesprochen, dass diese Möglichkeit eben bestünde. Dass wir genau eben diesen Verlauf auch wieder sehen. Dass wir ins Golden Pocket reingehen. Uns hier oben dann erst einmal einen Rücksetzer sehen. Und ihr seht jetzt hier einfach nochmal die Parallelen. Die sind schon extrem hier in diesen Preisbereichen. Das heißt, jeder war darauf vorbereitet. Ich muss auch sagen, so wirklich geschockt war keiner mehr in der Gruppe. Durch eben einerseits dieses Video, andererseits, weil ich es auch immer wieder erwähnt habe, dass für mich das erste Mal das Maß aller Dinge ist. Und jetzt möglicherweise eine größere Korrektur kommt. Und darauf müssen wir uns eben einstellen. Das sind aber alles auch mögliche Nachkaufpunkte. Für mich waren immer zwei Punkte wichtig. Erster Punkt, die 31.800 beziehungsweise 32.400 US-Dollar-Marke. Das war die Marke, um erstmal wirklich aus dem Bärenmarkt wirklich komplett nach oben hin auszubrechen. Das war unser massivster Widerstand, wo wir enorme Probleme hatten in diesem Bereich. Zweiter Step, und das ist dann der wichtigste von allen, ist das Golden Pocket zu durchbrechen. Sobald wir das Golden Pocket durchbrechen, sehe ich neue All-Time-High-Kurse. Also vorher kann es sein, dass wir jetzt erst einmal nochmal in eine zweite Bärenphase kommen. Was meine ich mit zweiter Bärenphase? Vor allem dieser letzte Anstieg hier. Möglicherweise, wenn wir uns jetzt hier mal das FIP-Level ziehen, sehen wir auch, okay, das Golden Pocket derzeit würde hier bei 33.000 US-Dollar liegen. Ziehen wir uns das mal komplett gesamt von unserem ganzen Anstieg, den wir das letzte Jahr bis jetzt Anfang dieses Jahres hatten, sehen wir, haben wir Parallelen bis ungefähr 28.000 bis 30.000 US-Dollar. Das wäre das Maximum, was bullisch wäre meiner Meinung nach. Das heißt, das könnten wir verkraften, sollten wir jetzt von hier oben nach unten hin runtergehen und dann erst in den Bullenmarkt eintreten. Und die Parallelen, wie gesagt, habe ich in dem hier wilde Bitcoin-Theorie auch genannt, das ist eine Möglichkeit, die wir auch im letzten Bärenmarkt hatten. Denkt euch einfach das Black Swan-Event weg, dann werden wir auch wieder im Golden Pocket runter korrigiert und dann ging erst der eigentliche Bullrun los. Wir haben noch kein Halving, wir haben noch keine Zinssenkung, das kommt jetzt alles noch und kann sich natürlich jetzt auch noch zwei, drei Monate hinziehen, bis sowas wirklich dann ja wirklich signifikante Auswirkungen hat. Vor allem das Halving könnte, wenn genug Buying-Pressure ist, weil wir sprechen hier immer noch von Angebot und Nachfrage. Mehr ist Bitcoin momentan nicht. Wir haben, wenn wir nur begrenzte Anfrage haben oder ein begrenztes Angebot, die Leute wollen aber, das wollen nicht so viele Leute, die das Angebot nehmen, ja gut, dann werden die Preise auch nicht steigen, wisst ihr? Also das muss halt auch mal ein bisschen so erläutert werden. Nicht nur, ja, wir haben jetzt Halving und die Block-Rewards werden halbiert. Ja gut, wenn die Nachfrage aber nicht da ist, dann bringt uns das im Endeffekt auch nicht wirklich viel. Also muss natürlich auch mal gesagt werden. Ansonsten, diese Korrektur bestenfalls oder kürzestenfalls geht wirklich nur bis 38.000 US-Dollar. Worst Case, beziehungsweise einigermaßen Worst Case würde ich jetzt mal sagen, wären die 28.000 US-Dollar und es wäre immer noch bullisch. Das wäre aber wirklich, wirklich, wirklich das Tiefste, was ich momentan sehe. Sollten wir ein Black Swan Event kriegen, okay, dann können wir nochmal über 18k sprechen. Ansonsten würde ich das derzeit einfach nicht in den Mund nehmen, weil das momentan einfach nur zu Panikmache führt. Ich gehe auch nicht von 12.000 US-Dollar aus, glaube ich einfach nicht mehr, dass wir solche Kurse noch einmal sehen werden. Aber gut, das jetzt erstmal nur so grob zu diesem ganzen Mist, was da jetzt im Endeffekt passiert ist, so die letzten Tage. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen, was auch auf YouTube sehr, sehr viel kursiert jetzt gerade, sind diese ganzen, wir müssen jetzt hier auf die Gaps jede Woche schauen, was zum Beispiel beim Grayscale Bitcoin Trust guckt, was beim BlackRock ETF und sowas läuft. Absoluter Bullshit meiner Meinung nach. Es gibt Zahlen auf X, glaube ich sogar offizielle Zahlen, dass BlackRock momentan 2.690 BTC hält. Ich wiederhole, 2.690 BTC. Meint ihr, das juckt den Markt, ob wir jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt zwar der Grayscale Bitcoin Trust, aber meint ihr, das juckt den Markt, wenn jetzt hier ein kleines Gap drin ist, wegen 2.600 BTC? Aktien und Bitcoin sollte man nicht unbedingt vergleichen. Das ist vielleicht ein Ansatz, wenn wir enorme Pumps sehen in irgendeinem, keine Ahnung, ETF, könnte das ein Anzeichen sein, damit Bitcoin möglicherweise auch pumpt, weil die Nachfrage deutlich gestiegen ist. Aber dass wir uns jetzt jeden Tag 10 oder 11, schieß mich tot, wie viele Anbieter es mittlerweile gibt, jeden Tag uns die Gaps angucken, purer Blödsinn meiner Meinung nach, hat überhaupt nichts damit zu tun, weil nur weil hier Gaps drin sind, bedeutet es meiner Meinung nach überhaupt nichts. Das kannst du bei Aktien machen, das kannst du auch bei ETFs möglicherweise machen, wobei ich es bei ETF noch nie wirklich gepackt testet habe, Aktien ja, aber jetzt nicht diesen großen FOMO hier auf das schieben. Chart-technisch hatten wir den Hit ins Golden Pocket, wir waren in einem absolut überkauften Bereich, wir hatten überall Bearish Divergence, werden wir uns das jetzt hier nochmal ganz kurz angucken, also wir hatten komplette Korrekturanzeichen. Nur weil jetzt hier ein ETF gelauncht wurde oder hier so ein kleines Gap kam, das juckt den Kurs ehrlich gesagt weniger. Also natürlich verlaufen diese ziemlich akkurat, ist natürlich auch klar, aber jetzt alles nur auf die ETFs zu schieben oder jetzt jeden Tag die ETFs anzugucken, nur um zu wissen, wo der Bitcoin hingeht, wäre doch zu einfach, oder? Also ganz ehrlich, macht es nicht komplizierter, als es ist meiner Meinung nach. Ansonsten, wie gesagt, die ETFs, alles schön und gut, habe ich auch schon meine Meinung dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer wirklich gut ist. Und mal so als Beispiel, wir haben hier unten auch noch ein kleines Gap hier, vor allem bei Grayscale bei ungefähr 20 Dollar. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier nochmal eine 50% Korrektur sehen. Das wäre Black Swan Event. Und wenn wir nach dieser Theorie gehen würden, die auf YouTube hier kursiert, wo ich auch schon manche gesehen habe, ja, wir müssen jetzt diese Gaps füllen, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist komplette Verunsicherung. Leute, konzentriert euch auf den Chart und lasst euch nicht in FOMO verleiten oder sonst was. Es ist die letzten Wochen extrem gewesen, muss man ehrlicherweise sagen, dieses ganze ETF-Thema. Und wir hatten auch in der Gruppe Leute, ja, wir pumpen jetzt bis uns in ein Messliche. Das war der Endgegner. Mehr nicht. Wir werden jetzt auch erstmal wahrscheinlich erstmal ein bisschen konsolidieren. kurzfristig denke ich auch, dass wir nochmal einen Pump sehen. Zumindest mal, um diese Ineffizienzen nach oben hin zu füllen. Also wenn wir uns jetzt mal hier das FIP-Level mal ziehen, hier oben von 49k von unserem Top bis hoch, wäre es nochmal möglich, dass wir hier sogar nochmal Richtung 46.000 US-Dollar gehen und dann den Abverkauf erstmal fortsetzen. Ich glaube auch nicht, dass ein Ethereum ETF kommt oder sonstiges. Lasst mal die Kirche im Dorf. Also jetzt nicht gleich wieder die nächste ETF-Kacke hier durchs Dorf verjagen, wie XRP oder Ethereum. Alles mal ein bisschen sacken lassen. Es waren harte Wochen. Sehr, sehr viel mit ETF und was weiß ich was, was da gelaufen ist. Aber ruhig bleiben. Das ist jetzt das Wichtigste. Was man auch noch zu dem Grayscale Bitcoin Trust sagen muss, es war ja im Vorhinein klar, dass Grayscale seinen Trust nicht in BTC umwandeln darf. Weil Cash only. Das heißt, die Leute mussten ihren Grayscale Bitcoin Trust erstmal verkaufen, um dann wieder neue Bitcoins zu kaufen. Das heißt, diese ganze Scheiße hier, mir wird da wieder viel, viel zu viel draußen rumgemacht. So, ja hier Livestream, da Livestream und Bitcoin wird mega crashen und was weiß ich was. Ey Leute, ich weiß teilweise echt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Also da wird teilweise Panik gemacht. Natürlich ist das alles Klickmache und was weiß ich was. Aber ich meine, da geht es auch um einen Haufen Kohle, was Leute verlieren. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu wenig Panik mache, aber ganz ehrlich, man muss hier auch einfach mal ein bisschen neutral bleiben. Das geht mir nämlich momentan sowas von auf die Eier, wie das ganze Biss sich hier entwickelt mit ich mache nur noch hier die größten Shitcoins als Videos und Thumbnails und was weiß ich was. Nur um die Leute auf meinem Kanal zu ziehen und dann irgendeinem Bullshit wie mit den blöden ETFs und sowas zu erzählen. Bringt meiner Meinung nach überhaupt keinem was und hätte wahrscheinlich auch viel, viel Sorgen erspart. Ansonsten, wie gesagt, Korrekturlevel sind jetzt für mich erstmal eindeutig die 38k und dann auf jeden Fall die 30k, das sind die Level, auf die es meiner Meinung nach jetzt erstmal ankommt. Sollten wir überhaupt so tief korrigieren. Die Möglichkeit ist jetzt, dass wir jetzt erstmal ein paar Wochen wirklich cool down machen. Dann kommt das Halving und dann garantiere ich euch, wird wieder Hype ums Halving des Todes gemacht. Und erinnert euch vielleicht mal, was beim nächsten Halving passiert ist. Das war glaube ich hier irgendwo nichts. Nada. Lasst euch nicht jetzt in irgendwelche Halving, Ethereum, XRP, ETFs oder sonst was irgendwelche News reinzwicken. Analysiert den Chart in Ruhe und alles ist gut. Wisst ihr, keine Panik, sonstige irgendwas. Und ja, diesen Senf musste ich mir jetzt heute einfach mal zum Sonntag mal ein bisschen so dazugeben für alle da draußen. Sorry dafür. Aber das ist jetzt einfach die Erklärung. Wir haben wochenlang über dieses Golden Pocket hier oben gesprochen. Wir haben wochenlang darüber gesprochen, dass der Markt abnormal überhitzt ist, dass dieser ETF nur mit exorbitanter Nachfrage wirklich steigen kann oder auch Kurse bringen kann. Bitcoin ist Angebot, Nachfrage mehr nicht. Wenn wir nicht mehr Nachfrage haben als Angebot, passiert wenig. Ist einfach so. Wenn es nicht mehr Nachfrage gibt, dann haben wir ein Problem. Das könnte sich zum Halving möglicherweise ändern, ist aber jetzt kein FOMO-Event oder sonst was. Wichtiger wird, dass vor allem in den USA die Zinsen gesenkt werden. Wenn das kommt, haben wir wahrscheinlich noch ein Jahr bis eineinhalb Jahre. Das habe ich ja in dem Marktausblick für 2024, 2025 schon mal angesprochen, wo die Kurse steigen könnten, bevor wir dann möglicherweise erst den letzten Crash möglicherweise kriegen. Aktienmarktcrash, Kryptocrash, wenn dann die CBDCs kommen. Aber das ist ein anderes Thema. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem ganzen Mist da haltet. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch vielen, vielen, vielen Dank für die letzten Wochen, für die Unterstützung. Muss ich auch erstmal hier lassen, dass auch alles wirklich in der Telegram-Gruppe abnormal ruhig gewesen ist. Ganz ehrlich. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns morgen früh zu einem ganz normalen Update-Video wieder. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020